Das Spiel natürlich auf Hardcore, ne? Ich parke das Auto einfach total chillig hier drin, hier. So. Jetzt passt. Du kannst die anderen Kassen auch noch lernen. Was, echt? Und ich fahr grad einfach auf... Au. Am Strand hier. Ich wollte schon Party machen, aber er wartet noch Geld auf mich. Ich guck kurz, ob es irgendwelche Wahnsinnigen gibt, die bei dem Regen am Strand spazieren gehen. Und dafür müssen sie dann bezahlen. Da kommt mein Mate. Ist es mein Mate? Hoffentlich ist es mein Mate. Easy-Drehung. Krass, was ich für... Ähm. Hey. Gaming-Kodex. What the fuck, Alter? Was ist denn hier los? Das war schon wieder so eine Mod, ne? Gleich banne den Baumgart. Gleich banne. Ich versuch das auch. Achtung. Ich bin ein ganz gefährlicher... Gefährlich mit G. Ich will mal Rocketbike fahren. Krass. Guck dir das Ding an. Guck, wie er macht. Warte, ich mach die Waffe weg. Sonst kriegt er vielleicht Angst. Alter, wir dance. Okay, X, um Flügel auszufahren. Oh, Leute. Aktivierst das mit X und dann mit... Das geht nicht, Gaming-Kode. Wie fliegt man damit? Ah, mit E. Ich hab's. Okay. Gaming-Kode, das wird jetzt. Ein bisschen zur Unendlichkeit. In einigen Sekunden und noch viel weiter. Ich hab's gar nicht versaut. Fliegen! Oh, shit! Ich geh kurz rutschen so lang. Wartet. Achtung. Warte kurz. Oh mein Gott, wie gut ich bin! Alter Valerio. Nicht in den Baum, nicht in den Baum! Was ist mit den Leuten los? Habt ihr das gesehen? Er kommt hier einfach gedriftet. Deja vu! War das nice, Leute. War das nice gerade eben dieser Flug. Wahnsinn! Oh, der PC wird aber ordentlich warm. Da mit den 8000... Oh, da kommt er geflogen! Damit kann man auch im Flug lenken? Jetzt erzählt nicht. Ihr flunkert doch jetzt gerade. Gaming-Kode, das kann ich dir einfach nicht abkaufen. Oh! Das kann ich dir einfach nicht abkaufen, dass man damit wirklich lenken kann. Alter, Verwalter! Okay. Ja, dance! Let's have a dance, brah! Let's have a dance off! Ja, ja. Woo! Ja, 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 ja. Keine Ahnung. Öh. Er hat einfach nicht... Ich darf sein Motorrad nicht mehr fahren. Hey. Hab's dir in die Luft weggenommen, sorry. Gaming-Kode. Ich war gerade total am Äquator. Krass, Mann. Ich wollte eigentlich gerade einen Sprung machen, der unmöglich ist. Den noch nie jemand geschafft hat. Kannst du die FN an... Ja, natür... Ich hab's ja notfleg genommen. Tut mir leid, ich fahr dich noch kurz um. Shit. Mit rechts hier kannst du damit schießen. Uuuh! Hab ich ihn gerade umgeschmissen? Kann man da nicht zu zweitragen? Achtung, Gaming-Kode. Wuuuuh! Okay. Jetzt geht's ab, Leute. Und Achtung. Oh! Inhuman directions! Warte. Warum kann ich nicht weiterfliegen? Man kann saugut damit fliegen. Leck mich am Ärmel. Ich möchte nochmal... Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel breiter. Ich gerne mich heute... Ich wusste mal ganz kurz... Oh, ich dachte kurz... Ich knall voll... Geplant. Geplant. Ich mach's jetzt mal kurz auf dem Boden. Ich mach die Flügel raus, weil ich jetzt gerade keine Flügel brauch. Ähm... Oh, okay. Ich merk schon, ich brauch die doch. Brrrr. Krass. Das ist so nahi... Oh! Ja! Oh mein Gott! Vielen Dank für die Subscription! Monsieur Brassel! Brass, wo ist die Animation hin? Dankeschön! Oh, nicht ins Wasser! Nicht ins Wasser! Nicht ins Wasser! Nicht ins Wasser! Nicht ins... Ey, es ist abnormal geil, wenn dich irgendjemand jagt. Du bist einfach weg! Die Leute können dich... Die Leute kriegen dich nie! Die Leute kriegen dich nie mehr! die läuft ich brauche noch mal ganz ganz kurz das Bike ich brauche gleich noch mal ganz ganz kurz das Bike hat jemand vielleicht ein Problem mit mir hast du ein Problem mit mir du Pisser nein, bleib doch mir stehen nein, nein, nein oh, okay no fucking way oh, die Polizei wie sie rumleckt nein, nein ich steig doch hier gerade ein, Polizei Gaming Code, ich mach da noch mal ganz kurz was und zwar wie er sich freut, der Gaming Code hier wird geschissen ist schon echt ein krasses Auto, oder? ist schon wirklich schön Brumm Brumm Maschine Brumm Brumm Maschine Halt, Stopp jetzt rede ich das ist tausendmal besser oh mein Gott, wie das ein Mini Ding durchscht einfach Helikopter, Rabak wie wir jetzt gazp das ist, das ist auch cool was der dumm Achtung so, man guckt, ob sie mich kriegen mit ihren luschen Autos mein Auto ist halt auch echt ein krasses Ding wie kurz tanken oder wisst ihr was doch nicht ich habe doch schon es jubi ich habe doch es jubi ich habe doch es jubi doch sogar im oda ist tot mit dem bike des teufels ja leute mich holt das wahrscheinlich ein ich bin halt ein bisschen gut im fahren auch da hilft auch das ganze ps monster aber das ist jetzt gerade blöd irgendwie geplant warte mal wo sind wir denn hier military base ist natürlich auch eine option ob sie sich trauen mitzukommen traut euch doch boys gaming co gaming co ich konzentriere mich gerade auf die frau auf die gaming co gaming so gaming co jetzt haben wir den salat ich bin ausgeteckt irgendwie ist es deine schuld weil ich jetzt jemanden ermordet habe ich wollte es gar nicht kommen die karte mit was ist das ist der mail ach du kacke ich weiß nicht dass mädchen sorry gaming code wissen wir weg daten dort ein helikopter der hat einen kipp doch helikopter schuster pustet auch fährt so ab dass ein panzer das wird die panzer die ganze zeit schießen nein 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 ich brauche ich brauchte jetzt echt auto sein lassen wir dich auf dich ja wir pimmeln in die base sein aber gaming code jetzt nicht stumbe ich muss doch nein ich weiß nicht ob ich das mit diesem wrack überhaupt noch schafft die du mal vor gaming co okay okay ja einfach mal geschafft einfach mal geschafft verstehst du es ist mein bis ist fucking mein das warst du weit das sind vielleicht ist pantoffeln wie fliegt man wie wie zieh ich hoch einfach mit der maus ja einfach mit der maus okay schnell wie kann ich das mal schnell einfahren auf auf h auf g auf g a bade da geht ja mehr und wie wechsle ich die waffe auf x ich kann sowas voll nicht mit dem ding fliegen okay leute ich muss jetzt ich muss jetzt aufhören wir müssen jetzt die ding machen gaming code gaming code gaming code danke er kommt mit dem dodo angeflogen es war schön mit euch meine damen und herren das ist so geil das ding oh halt hier ist wasser hier ist wasser nein 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 keine gute idee water is no good water is no good und fuck nein oh shit was was sorry gaming code ich glaube ich hab dein muss aufrad kaputt gemacht ich guck noch kurz wie er mich hittet ich dachte das hält es einfach raus das flugzeug ich will noch ganz kurz in den roto reinlaufen ich komme noch einmal der roto noch einmal und da da haben wir ich habe ein redneck aber weh weg oh was was der bricht denn was warum leben wir doch oh du scheiße guck mal gerne den konek steht da hinten Hey, what happened? Alter, wir hatten es einfach gerade die Hüte rasiert. Also ich habe meinen Hut noch auf. What? Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.